Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Jedi Fallen Order. Schön, dass ihr wieder am Start seid und vielen Dank natürlich wie immer an alle aktiven Supporter da draußen, Freunde. Und ich merke gerade, mein Controller ist leer, aber ist ja egal, Freunde. Ihr seid am Start, es freut mich. Nebenbei werde ich jetzt hier kurz mal den Controller, äh, das Ladekabel anschließen. Und natürlich kleiner Hinweis auf Instagram. Folgt mir gerne auf Instagram, Freunde, würde mich sehr freuen. Checkt meinen Partner Instant Gaming ab und wenn ihr abonniert habt oder noch nicht abonniert habt, tut das. Und aktiviert die Glocke, Freunde. So, die Fragerunde vom letzten Mal. Gehen wir sie ganz kurz mal durch. Und zwar, ähm, ich musste immer gucken, weil fünf Fragen pro Karte sind da und ich komme immer so ein bisschen durcheinander. Aber ich glaube, wir hatten beim letzten Mal die Frage, welchen Kopfgeldjäger stellt Town Wii Obi-Wan Kenobi vor? Ja, ist klar, Jango fettnötig. Ist ja logisch, ist sehr einfach gewesen, der Daddy von Booba. Oder? Dann die nächste Frage war, welcher Jedi-Meister bringt ein Bataillon von Truppen mit nach Kajig, um den Wookies in den Klonkriegen beizustehen? Das war natürlich Yoda. Auch das war eine coole Szene, fand ich. War allgemein, sah das sehr, sehr geil aus in der dritten Episode, fand ich. War schon nicht schlecht. Dann die nächsten beiden Fragen, Freunde. Was sagt Jango fett zu Obi-Wan, von wem er rekrutiert wurde? Von wem wurde er rekrutiert? Und die nächste Frage. Worum soll sich Chewbacca laut Han Solo kümmern, als sie sich dem Todesstern nähern? Worum soll er sich kümmern, als sie sich dem Todesstern nähern? Das ist schon eine härtere Frage, finde ich. Mal schauen, ob ihr das wisst, Freunde. Ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt mal durch. Ich bin hier immer noch nicht fertig mit dem Kabel, aber jetzt habe ich es drinnen. Ich habe das Loch endlich gefunden. Normalerweise ist es nicht so das Problem. Aber, ja, es ist halt jedes Mal, es ist überall mal das erste Mal. Weißt du, was ich meine, Freunde? Vor allen Dingen, wenn es ein bisschen störrig ist, wenn es ein bisschen dicker ist, wenn es ein bisschen breiter ist, wenn es ein bisschen enger ist. Ihr kennt die ganzen Storys. So, los, Kerl. Ja, boah, da ist er wieder ein ganz fleißig im Start. So, hauen wir ab. Ich habe ja gesagt, wir fliegen nach Datumier. Wir werden allerdings mal ganz kurz hier die Pflanzen pflanzen, neuen Samen gepflanzt. Gut. Und jetzt nehmen wir Kurs auf Datumier, Freunde. Wohin jetzt? Bam, 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 bam. Äh, Zefu, Bugano, Datumier. Ah, Datumier. Nach Datumier wollen wir. Let's go. Ab geht's, Freunde. Setze kurz auf. Moment, ich soll nach Datumier? Cordova ist dort gewesen. Er hatte sicher gute Gründe. Ich bleibe auf der Mantis, wenn wir dort sind. Rotes Sonnenlicht ist schlecht für meine Haut. Dieser Ort war einst die Heimat einer starken Gruppe von Machtnutzern, der Schwestern der Nacht. Sie nutzten die Macht? So wie die Jedi? Nein. Diese Hexen dienten nur sich selbst. Ihre Kräfte fußten auf Täuschung, Illusion, Manipulation. Ha, klingt wie jemand, den ich mal kannte. Während der Klonkriege wurden die Schwestern der Nacht von einem Sith Lord hintergangen. Und am Ende war eine Massacre fast ausgerottet. Datumier ist tödlich. Wir müssen aufpassen. Das müssen sie mir nicht zweimal sagen. Ach, Datumier. Jetzt raffe ich es, welcher Planeten es ist. Ah, ja, doch, den kenne ich auch aus Klonus. Soweit habe ich dann doch Star Wars Klonus geguckt. Ich bin leider nicht durchgekommen. Weil es ja dann irgendwann Ende September war, dass es ja rausgenommen wurde bei Netflix. Werde ich aber dann weitergucken, sobald Disney Plus auch bei uns erhältlich ist. Weil ich habe mir schon... Also ich hole mir auf jeden Fall Disney Plus. Alleine wegen The Mandalorian. Ich muss die Serie sehen. Der Trailer sah ohne mal geil aus. Ja, alleine deswegen schon. Okay, was war's? Das ist ein tödlicher, gefährlicher Ort. Okay. Ich bin auf alles vorbereitet. Das weiß ich, Kerl. Darum hat BD1 dir auch Cordovas Informationen anvertraut. Gut, dich hier zu haben. Wisst ihr etwas über die Schwestern der Nacht von Datumier? Ein bisschen. Viele Jedi wussten nicht mal von ihrer Existenz. Aber als Cordovas Schülerin hatte ich einen tieferen Einblick. Er hielt sie immer für interessant, wie die meisten alten Kulturen. Und was dachtet ihr? Ich war nie hier. Wollte es auch nie. Das war ungefähr zu der Zeit, als sich unsere Wege langsam zu trennen begannen. Die Dunkelheit hat immer Auswirkungen. So oder so. Alles klar. BD1? Pass auf, Kerl. Ja, macht er schon. Schon okay, Grease. Alles wird gut. Ein Jedi ist hier. Alles sicher. Ich bin sicher. Wer da? Oh, Kerl. Können wir jetzt starten? Wollt man nach dir sehen? Mir geht's prima. Prima. Sowas von bereit, den Planeten endlich zu verlassen. Ich hab die Geschichten gehört. Hexen, lebende Tote. Hattest du nicht was zu erledigen? Na dann mach endlich. Geh gleich los. Gut. Beeil dich. Ich werde hier warten, wo es sicher ist. Falls es so einen Ort überhaupt gibt. Brauchst du was, Grease? Ja, sicher. Ich bin so richtig in Stimmung für einen schmerzhaften Tod. Kannst du mir auf diesem Todesplaneten etwas in der Art besorgen? Oder würdest du mir einfach irgendetwas bringen, das mich für den Rest meines jämmerlichen Lebens heimsucht? Das wäre wirklich schön, du Spinner. Ich find Grease so geil, Alter. Das ist so ein geiler Typ, Mann. Ja, ich feier den, ey. Ich feier den. So, checken wir nochmal ganz kurz unser Lichtschwert aus. Denn, ja, es wird sich sicherlich bald verändern, ne? Aber wir hatten jetzt auch nichts weiteres freigeschaltet, oder? Das hab ich ja eigentlich zuletzt auch noch gemacht. Ich nehm mir das noch hier rein. Wie gesagt, ey, es ist zwar cool, das Lichtschwert zu verändern. Aber natürlich das größte Optische ist natürlich die Klinge, ja? Das sehen wir auch während des Kämpfens, während wir durch die Gegend rennen. Aber den Griff achtet man jetzt nicht so drauf die ganze Zeit, oder? So, kurz mal ausruhen. Und kurz mal nochmal den Fähigkeitspunkt hier ausgeben, bevor wir das hier los starten. Ach, das kann ich mal gar nicht holen, ne? Nehmen wir das hier halt. Verzögerte Stoß. Okay, X... Achso, okay. Das ist ganz cool eigentlich. Neuer... Neuer Move. Und so, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Das ist doch der Planet, wie sie sagen, mit diesen Hexen, wo doch auch Count Dokus zweite Schülerin neben Brevious hierher gekommen ist, oder? Die wird doch hier ausgebildet irgendwie. Und von dem Planeten hat er sie doch. Und dann hat er sie doch am Ende betrogen, oder? Ja doch, das müsste der Planet sein. Fand ich eigentlich ganz geil, der Abschnitt bei Clone Wars. Also, allgemein fand ich Clone Wars ganz nice. Es gab zwar ein, zwei Folgen, ähm... Ich sag mal... Alter. Es sieht nicht freundlich aus. Ne. Es gab zwar hier und da mal eine Folge bei Clone Wars, die ich dann ein bisschen vorgespult hab, sag ich mal, weil da jetzt nicht so wirklich viel passiert ist. Hey. Du willst doch kämpfen, oder nicht? Hä, dieser Kopfüberschlag... Was kommt da jetzt noch an? Dieser Kopfüberschlag ist halt einfach so heftig, mächtig. Explodierst du auch wieder? Ne. Ah, du spuckst Gift, Alter. Der Endling, was? Fluchrückenspinne. Sag mal, das ist ja unfassbar. Eigentlich ist es... Eigentlich ist es voll geil, wie viele verschiedene Gegner, die in dieses Spiel reingemacht haben. Das ist... Ich find das super geil, irgendwie. Dass es so viele verschiedene Tierwesen gibt hier. Und die ganze Flora und Fauna ist auch echt gut gemacht. Ich hör dich, BD. Gefällt mir richtig gut, ey. Sag mal. Vor allem hast du auch bisher schon sauviele verschiedene Sturmtruppler, ähm... Gesehen. Das ist halt auch nice, wa? Find ich auch geil. Hier ist doch... Nee, geh doch mal weg mit deinem Scheiß-Gift. Ey. Sag mal. Geht's doch, oder was? Sag mal. Raus aus dem Gift. Ist hier irgendwas in der Ecke, ne? Okay. Okay, der schlägt dreimal hintereinander zu, oder was? Ey. Verdammtes Gift, ey. Hier geht's rechts hoch. Ich werde so vom Winkel, ey. Nicht mal ich platz, weil ich da Bock drauf hab. Jetzt ist natürlich die Frage, wo wir gehen wir wieder als erstes lang, wa? Wo gehen wir wieder als erstes lang? Ich glaub, ich geh einfach mal hier hoch. Von da oben sieht man bestimmt auch ein bisschen mehr. Eiei, Caramba! Ja, wie gesagt, wenn es Disney Plus denn bei uns gibt, dann werde ich das auf jeden Fall weitergucken. Clone Wars. Alleine, weil ja auch eine siebte Staffel dann kommt. Das war noch die siebte, oder? Sechs gibt es bisher, glaube ich. Ja, genau. Würde ich auch ganz gerne sehen. Und natürlich muss ich dann vorher die anderen Staffeln auch gucken. Ich bin irgendwo bei Staffel 4. Irgendwo, glaube ich, am Ende stehen geblieben. Wo soll ich das jetzt sagen? Wo eine sehr berühmte Star Wars Figur wiederkam? Eigentlich kann man das sagen, das ist uraltes also wo Duff Moll wiederkam. Wo er ein bisschen mehr ins Spiel kam mit seinem Bruder. Da bin ich irgendwo geendet. Leider, gerade wo es richtig spannend wurde, dann hatte ich leider keine Zeit weiterzugucken. Also sehr schade. Alles geil, genau. Wie erinnert mich das so ein bisschen an die Blutsäcke aus Fallout, ey. Nur noch viel größer. Du Schwester der Nachttraining. Okay. Hey Junge, ich bin ach so, fuck. Ich bin schon fast tot. Hilf mir bitte. War hier nicht noch eine dritte Schwinde? Ja, ich wollte gerade sagen. Alter. Ey, diese Triple-Attacke, die haut richtig krass rein, Alter. Yo. Abkürzung freigestelltet? Ach so, ich kann hier Hochglitter nennen. Unser Schiff sieht auch gerne aus. Oder was heißt unser Schiff? Grease sein Schiff. Okay. Okay. Was ist das? Guter Scan, BD. Unheilvolle Statue. Keine Daten gefunden. Aus dem Fall heißt, nichts Gutes. Ja, gut, das... Wann hat man sich fast denken. Moment mal. Kann ich den Kasten irgendwie nutzen, um hier irgendwo hochzukommen? Aber hier wären wir zum Beispiel nicht reingekommen, wären wir direkt zu Datum hier gegangen. Also wie gesagt, es ist halt so... Ja, es ist halt wirklich so dieses Metroid Prime, Castlevania, beziehungsweise Metroid allgemein. Dieses System halt, du kommst erst im Laufe der Zeit immer weiter in so Abzweigungen rein, weil dir bisher noch die Fähigkeit gefehlt hat. Dem einen gefällt es, dem anderen ist es vielleicht auch zu nervig. Ach guck mal, da oben kann man lang. Weil man ja dann wieder zurück muss, wenn man alles sehen will. Ist halt nur die Frage, wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Das habe ich natürlich... Oh! Pilzlinge! Oh, Alter, das ist so verzwickt und verzweigt und hast du nicht gesehen. Ja, schade, ich habe es vorher leider gerade nicht gesehen, als ich da oben war mit dem Kasten. Dass man da auch ranspringen kann, wahrscheinlich. Vielleicht kann ich den Kasten auch einfach unten reinschieben. Wo ich gelatscht bin. Vielleicht geht das ja auch. Das wird auch nicht ausprobiert. Können wir ja schnell mal machen. Mach keinen Scheiß hier. Kein Risiko hier. Hätte ich eigentlich mal gleich machen können. Hätte ich eigentlich gleich mal machen können. Na, was finden wir hier? Schön ist. Juhu! Hier war jemand. Endlich! Er ist nicht von diesem Planeten. Gut, das hätten wir denn auch. Aber wo ist jetzt der richtige Weg? Mal auf die Map gucken. Müssen wir hier überhaupt sein gerade? Wir können doch hier sein, oder? Die Story besagt zwar, wir müssen nicht unbedingt hier sein. Aber wenn ich jetzt hier auch keinen Auftrag grabe so richtig, dann... Wird mir denn überhaupt der richtige Weg gezeigt dann überhaupt? Ich muss es dann wahrscheinlich selber komplett rausfinden, oder? Freunde? Weil irgendwie sagt mir das Spiel ja, ich soll hier raus. Ich soll hier weg. Aber ich will hier nicht weg. Hier soll es ja was geiles geben, wurden wir gesagt. So, da waren wir auch schon. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, ohne Anweisung, wo ich hin muss. Kann ich hier hochflöttern? Aber eigentlich müsste man doch... Eigentlich müsste man hier weiterkommen können. Hier hinten vielleicht einfach weiterlatschen, wo ich lang gelaufen bin. Einfach hier den Weg weiter wahrscheinlich, oder? Ja, hier rein. Na klar. Ah, was ist denn jetzt wieder los? Was ist denn jetzt wieder los? Hast du irgendwas entdeckt? Ah! Oh, gut, dass du was gesagt hast. WD, kannst du sie hacken? Ja, und los geht's. Was ist das, BD? Magus, neuer Senderei. Jawoll. Die Sefo waren wohl wirklich hier. Ungewöhnlich. Der Ort wirkt verlassen, aber... Was machst du hier, Jedi? Du musst deine Schwester der Nacht sein. Ich dachte, ihr wärt alle tot. Nicht alle. Datum, ihr ist für dich verboten. Los, verschwinde! Naja, das geht leider nicht, aber... Vielleicht könnten wir einander helfen, weißt du? Ruhig. Ich bin nicht dein Feind. Dein Handeln sagt etwas anderes. Warte, warte, ich bin nicht hier. Wascht ihn? Was? Brüder, ein Eindringling. Nein! Laber nicht, die haben sogar die Stimme genommen? Ist ja geil. Oh Mann, Alter! Jetzt ärgere ich mich noch mehr, nicht weitergeguckt haben zu können. Weil die Storyline mit den Schwestern und wie sie die hier versklavt haben und ausgebildet haben und so... Das war schon geil, als der Klo-Mos, muss ich sagen. Brüder der Nachtkrieger. Geschickt und flink. Eine starke Verteidigung und die aufmerksame Nutzung von Anlaufsmöglichkeiten. Das war schön nice gewesen, Mann. Kleine Bitch, äh... Kleine Bitch. Oh, da oben ist ein Echo. Wow! Holy shit. Wie komme ich da hoch? Oh, die Welten sind schon... Ach, das ist auch nice gemacht. Sag mal, schaltet sich da erst mehr frei zum Freischalten, wenn ich hier alles Mögliche gekauft habe? Kostet das zwei Punkte? Ach, das kostet zwei Punkte tatsächlich. Das kostet auch zwei Punkte? Das kostet auch zwei Punkte. Ja, nehmen wir das. Alle verlangsamen gleichzeitig. Ist schon nice. Ist schon... Ja, das ist okay. So, ruhen wir uns mal aus. Ihr habt es gesehen, Freunde. Wir wurden schön, äh... Herzlich empfangen. Wie gesagt, direkt Story-mäßig müssten wir jetzt woanders sein. Aber ich denke mal, wir müssen hier auch irgendwas Story-mäßig... Also, er hat ja gerade gesagt, hier waren auch die Seffo. Also, hier sind wir auf jeden Fall auch richtig klar. Wir wollen den Planeten machen. Wir machen den Planeten auch. Also, seid dabei beim nächsten Mal. Lasst eine Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen über eure Unterstützung. Und, ähm, ja. Folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr Bock habt. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.